hallo das gambio abo modul generiert automatisch bestellungen gemäß ihren einstellungen für aboartikel oder zumindest artikel die im abonnement erhältlich sind damit das ganze automatisch funktioniert richten sie einen cronjob ein wie das funktioniert bei keyweb mit der serververwaltungssoftware keyhelp zeige ich ihnen in diesem video schritt 1 ist also wir loggen uns in keyhelp ein das ist übrigens mein provider und finden in der linken menüleiste unter ressourcen den menüpunkt geplante aufgaben hier hatte ich schon die gambio standard cronjobs eingerichtet wie in diesem video zu sehen nun geht es aber um das abo modul und wir klicken auf aufgabe hinzufügen die aufgabe soll natürlich aktiviert sein als beschreibung zwecks wiedererkennung geben wir zum beispiel gambio abo modul ein und wählen als aufgabentyp php script ausführen der php interpreter sollte mit der php version ihres gambio shops übereinstimmen also mit der vom webserver verwendeten php version im zweifelsfall finden sie das im gambio admin unter toolbox surfer info anzeigen in diesem fall ist es php 7.3 den php script pfad finden wir im gambio admin unter abonnements abos konfigurieren hier unten auf der seite unter cronjob-klee das einführende php leerzeichen lassen wir weg das ist schon impliziert dadurch dass wir die option php script ausführen ausgewählt haben stattdessen kopieren wir den script pfad beginnend also mit slash und enden mit punkt php das fügen wir ein in das eingabefeld bei php script pfad und geben nun noch bei zeitplan das intervall ein da sollte normalerweise eine stündliche ausführung reichen entweder zur vollen stunde oder um die surferlast falls mehrere grundjobs gleichzeitig laufen etwas zu verteilen gerne um zehn nach der vollen stunde und entscheiden uns abschließend noch ob wir benachrichtigt werden wollen entweder niemals oder im fehlerfalle immer würde ich abraten speichern und schon ist der grundjob aktiv und generiert gemäß ihren einstellungen automatisch bestellungen so Untertitelung des ZDF, 2020